Aufgrund der Entwicklungs- und Fertigungsmöglichkeiten und der gesammelten Erfahrungen bei Reisungswagen und elektrisch angetriebenen Fahrzeugen sind wir ebenfalls in der Lage, elektrisch angetriebene Monorels anzubieten. Dazu sind Konzepte und erste Projektausführungen in der Fahrzeugtechnik Dessau vorhanden. Es sind mehrteilige Fahrzeuge konzipiert mit ca. 14 Metern Länge und einer Breite von 3080 Millimetern, die die Beförderung einer hohen Anzahl von Fahrgästen zulassen. Pro Fahrzeug können ca. 100 Fahrgäste befördert werden. Zwei Türen auf einer Seite vom Fahrzeug. Wir erleisten einen schnellen Fahrgastwechsel. Jedes Fahrzeug besitzt zwei Fahrwerke, die für eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde konzipiert sind. Besonderes Augenmerk wurde auf mögliche Rettungsaktionen gelegt. Hierzu sind verschiedene Varianten der Evakuierung von Fahrgästen bzw. Abschleppen von Fahrzeugen und Dessau vorhanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017